Ist das das wirkliche Leben? Ist das nur Fantasie? In einem Erdrutsch gefangen, kein Entkommen aus der Realität. Öffne deine Augen, schauen sie in den Himmel und sehen sie. Ich bin ein Omerjunge, ich brauch kein Mitgefühl, weil ich einfach komme, einfach gehe, ein bisschen hoch, ein bisschen niedrig. Wie auch immer der Wind weht, ist mir und mir eigentlich egal, egal. Ich bin ein Omerjunge, ich bin ein Omerjunge. Ich bin ein Omerjunge. Vielen Dank.